ja hallo zusammen wir haben den 29.09.2019 und ja heute ist sonntag und irgendwie hatte ich keine idee für einen film und da hatte ich mal bei der britta nachgefragt ist ein netter mensch bei telegram habe ich gesagt britta hast du eine idee für einen film oder einen wunsch und da hat sie mir dieses bild geschickt hier dieser gender barbie wahnsinn und wir haben da ja auch tatsächlich schon wieder hier zumindest ein klein zwei klein negerleins drauf und ja gut okay das da dazu aber guckt euch den hauptfilm an wenn ihr wollt ich habe da nämlich auch die verena noch ins boot bekommen am sonntagabend ja es ist sicher interessant und zeigt auch mal wieder wie elendig das alles ist dieser ganze rotz gut entweder bei vk bit shoot oder telegram könnt ihr es gucken wer es bei wagenews tv aufmacht und sich ein link raus kopiert in der browser zeile bitte kontrollieren dass da keine leerstelle drin ist weil sonst funktioniert der link eben nicht okay und es gibt ein frust erlebnis dann sage ich jetzt mal für hier tschüss und viel spaß beim hauptfilm